To Noah Rayleigh. Oh, das ist Letchie! Okay, das ist Letchies Teamchat. Das ist der Fight von vorhin, wo ihr alle gesagt habt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute heißt es mal wieder Trio Cash Cup. Es gibt tatsächlich nur noch zwei. Den heutigen und den in einer Woche. Heute wurde es auf Montag verschoben. Trio Cash Cup, die besten Trios Europas, treten noch mal gegeneinander an. Es gibt sehr, sehr viel Preisgeld. Ganz kurz davor noch mal das Punktesystem. 14 Punkte gibt es maximal für einen Sieg. Einen Punkt gibt es pro Eliminierung. 20 Punkte jedoch maximal für die Eliminierung pro Runde. Das heißt 34 Punkte gibt es für einen Sieg plus 20 Kills. Hier noch mal das Preisgeld aufgestaffelt. 12.000 Dollar, meine lieben Damen und Herren da draußen. Für den ersten Platz. 10.500 für den zweiten und so weiter und so fort. 600 Dollar kriegt man, wenn man unter die Top 30 kommt. Und damit würde ich sagen, ganz, ganz viel Spaß mit den Highlights. Kurz geht raus für euren Support. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Okay, Chad. Ey, wir sind auf Kamin in Polen drauf. Vier Bounces hat er mit dabei. Eine, nee, zwei Impulses tatsächlich. Nee. Impulses ist erst da liegen für seine Teammates. Okay. Digga, die landen in einer stackten Lobby. Zadobicht? Für alle, die keinen Polen nicht kennen. Ich habe gerade gefragt, warum? Zadobicht, Chad. Zadobicht ist er in einer stackten Lobby. Das macht gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Arte, der Pole ist down. Das ist viel zu krank. Das ist viel zu krank und viel zu viel auch. Nimm an mir. Nimm an mir. Nimm an mir. Oh nein. Nein. Was? Er hat ihn. Oh mein Gott, wie stark wie Toni, Chad. Elf Leute noch alive. Elf Leute, das ist viel zu viel. Ey, sie brauchen gar keine Kills mehr, Chad. Sie brauchen jetzt nur noch die Late-Game-Location. 27 Punkte haben sie. Und er holt sich jetzt hier den High. Nein, er wird geconnt. Das ist cringe. Das ist tatsächlich cringe, Chad. Geiler Skin von Kami. Ja, Kami spielt immer nice Skins, tatsächlich. Kami der Pole spielt immer nice Skins, Chad. Wie auch nicht. So, Rexo und Kami, beide noch alive. Zwei gegen zwei Situation jetzt hier. Obwohl. Ne, zwei gegen eins, gegen eins, glaube ich. Ne, doch nicht, doch nicht. Zwei gegen zwei. Okay. Es ist die zwei gegen zwei Situation. Wenn sie das jetzt holen, haben sie hier auch 34 Punkte nach der ersten Runde. Das wäre natürlich nice. Alter. What? Das habe ich vorhin gemeint. Ey, Chad, wer hat mir gestern zugehört? Bitte. Er lasert. Ey, das ist genau so krass, was ich gemeint hatte. Er lasert immer aus der Hüfte und trifft nur Headshots gefühlt. Alter, Kamo. Kamo ist komplett alleine. Kamo. Oh nein. God Sniper geht down, Chad. God Sniper ist Swaggy. Er spielt mit Swaggy und Kuna. Issa ist nicht live. Äh, Issa ist nicht mehr live, meine ich. Ja, ich bin ein Wettbewerb. Alter, stark. Ja, ich habe einen Wettbewerb. Hier, hier, hier. Es sind drei Leute, drei Kinder, zwei Kinder. Ein Kind ist unter mir. Vielleicht ein letzter Kind, eigentlich. Okay, 2v3. Nein, zwei Kinder sind es. Ne, 2v2v1. Kann ich sie krass? 2v2v1, Chad. Es ist 1v1v2. Nein, 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 nein. Noch eine, letzte. Nein, 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 nein. Das ist nicht. Doch, das ist der letzte. Das sehe ich. Ich habe noch Mets. Nein, Mets. Schade. Ich kann schocken. Ich schocken. Er bunterte das, ich bin sicher. Kamu hat auch noch... Oh mein Gott. Oh, Kamu. Alter, starke Runde. Oh, das regt mich immer so auf, wenn die Gegner so overbilden, ne? Nein. Oh mein Gott, er hat ihn geholt. Er ist der Beste, glaube ich. Ich glaube, zur Zeit ist er der Beste. Ja, okay, jetzt hat er 200 Shotgun, Moni. Ehrlich. Oh mein Gott. Warum sagt er die ganze Zeit, er ist dead? Er ist doch gar nicht dead. Digga, alle sagen, die sind dead. Keiner ist dead von denen. Kein einziger ist gestorben bis jetzt. Ich habe 0 Mets. Ich habe 0 Mets. Ich habe 0 Mets. Jason, bitte. Jason, bitte. Ja, rauf hoch, rauf hoch. Oh mein Gott, sie haben einfach High Ground. Einfach so High Ground gegiftet bekommen, Chat. Digga, sie brauchen Kills. Unbedingt. Sie haben nur 32 Punkte tatsächlich. Ich habe 0 Mets. Ich habe voll 0 Mets. Voll 0 Mets, Bro. Bitte. Hinter dir ist Holz. Nein. Ich raste gleich aus, Chat. Wut, 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 wut. Ich raste gleich aus. Er hat hinter ihm mal Holz. Er hat Holz liegen lassen. Er ist so ein Holzkopf. Tatsächlich. Er hat hinter ihm Holz liegen lassen. Oh mein Gott, 70er Hit geht rein. Was? Alles geht rein. Nur noch zwei Gegner. Kicker. Ey, ich habe sowas noch nie gesehen, Chat. Ich habe sowas noch nie gesehen. Einfach, einfach. Mungral hat die ganze Zeit 0 Mets. Die ganze Zeit, wirklich. Die ganze Zeit. Und er ist immer noch alive. Das macht halt gar keinen Sinn. Oh mein Gott. Das ist, warum wir nicht warten. Oh, 144. Oh, die sind nur noch zu zweit. Ach du Scheiße, Shit. Okay. High Ground Retake jetzt hier von Big Ledge. Ein. Oh, er hat sie weggepulst. What? Die haben einfach High Ground getaked. Mit zwei Impulses, Chat. Okay. Alter, Benji ist down, Chat. Benji ist down. 53 Punkte haben sie schon. Neun Leute noch alive. Okay. 20 Bomben machen sie nicht mehr. 20 Bomben machen sie nicht mehr. Aber das ist okay. Fünf Leute noch alive. What? What? TV-1, TV-1. TV-1, TV-1. Das geht schon locker an. Nice. Jetzt Impulse. Okay, dann rein. Dann rein. Was ist das? Für die Box? Nice. 16 Kills. That's so good. Good shit. 16 Kills und der Win. Oh, so nice. Oh, sie werden so sprayt. In uns drin, Mr. X. One hit. No, no, no. In uns drin, Mr. X. Hat er ihn gerade Mr. X genannt? In uns drin, Mr. X. Ich hab die aller Hardmats getroppt. In der Cone. Shake, shake. One hit. Ich seh ihn nicht. Was, er hat den geholt? Ich weiß nicht, wo der. Er hat Alder geholt. Ich hab den finish. Immer, immer. Ja, das ist jedes Mal. Guck mal. Sie ist schon wieder alle Builds kaputt. Und dead. Oh mein Gott. Viel Fisch. Nice. Oh mein Gott, Hami. Er hat das ganze Trio tatsächlich geholt. Robin, komm mal her. Ich hab Fullmats. Robin. Was macht er da? Immer in der Box. 100. Oh mein Gott, ich dachte, er wird auch gewonnen. Spaß. Hol dir die Spaß. Hol dir die Spaß. Okay, Spaß. Ist weg. Geh durch. Hallo, drop die Shotgun. Ich brauch die Minis hier. Oh mein Gott. Alles gut. Ich hab nur noch 300 Wood dabei. Ich höre einen Lowground. Da, wo ich gestorben bin. Ich glaub, in Zone ist maybe noch einer. Ich muss vielleicht einen spellen. Das weiß ich wahrscheinlich nicht. Komm, vier erst. Bestimmt. Würde nicht mal die anderen reichen. Ja, Zone ist noch. Nein. Robin. Alter, Reason, ey. Popels, glaub ich. Nein. Nein. Reason, ey. Am Popeln. Nein, er misst. Ich cringe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Noah Rayleigh mit einer Spaß. Wird übel geschittet und Werdiel holt den anderen Kill. Nice. Okay. Was haben sie hier gemacht? Lowdown. Goldene Spaß. Für Noah Rayleigh. Oh, das ist Letchy. Okay, das ist Letchys Teamchat. Das ist der Fight von vorhin, wo ihr alle gesagt habt. Ich glaube, es wurde selten so jemand angepasst, tatsächlich. Guck mal, jetzt noch einmal schnell. Ein ganz normal, Chad. Alter. Was? Das ist doch krank. Digga, ist Noah der beste Spieler dieser Welt, oder was? Jeder von denen hat einen Kill geholt, tatsächlich. Der hat gar keine Chance. Zwölf Kills, Chad. Einfach so. Zwölf Kills. Alter, Reason, ey. Was ist denn das? Digga, Reason, ey. Und Werdiel geht komplett rein. Ey, Salix. Komm schon jetzt. Oh mein Gott. Schöner Kill. Alter, auf Link. Schöner Kill auf Link jetzt hier, Chad. Das ist eine linke Nummer, würde ich mal sagen. Guck mal, er trifft jeden... Was? Digga, jeder Schuss geht rein. Und ihr fragt euch, warum sie solche Sachen nicht streamen, Chad. Ihr fragt euch, warum sie solche Sachen nicht streamen. Soll ich euch das mal ganz kurz beantworten? Digga, die haben alles Soft Aim. Makro, Soft Aim, alles. Sie haben gestern 24.000 Dollar gemacht. Erster Platz im Duo Dream Hack. YouTube-Video ist sehr, sehr gut angekommen bei euch. Eignen wurde von denen weggenommen, Chad. What? Was? Reason, ey, mit dem Double-Kill auf das deutschsprachige Trio. Ich kotze gleich. Ich kotze gleich. Top-Sex-Situation. Zehn Leute nur noch live. Das ist doch krank. Letzter Gegner in der Zone. Die Tricks. Die Tricks. Da kommt er. Dad. Die sind so gut. 27 Kills. 27 Kills. Von diesen kleinen Spackos. Das ist halt so ein Free-Win, ne? Aber sie haben immer noch nur noch 15 Kills, Chad. Ja. Alter, da ging alles rein. Was ist das? Dead. What? Dead. Dead. Ich höre nur dead. Du podnosi, podnosi, podnosi. Krak, krak, krak. Dead. Oh, kurva. Oh, kurva. Mann, er ist knockt. Eins gegen drei Situationen. Einen hat er schon genug. Das sind Impulsis. Oh mein Gott, wenn er das klatscht, Chad. Dann ist er der größte Klatscherer, den es gibt, glaube ich. Oh mein Gott. Ja, pierdole, schriftlich, Bevo. Er hat ein bisschen gepopelt tatsächlich, Chad. Er hat ganz, ganz ein bisschen gepopelt, glaube ich. Er hat eine Klatsche bekommen. Das war unlucky. Geld schön abstauben. Zuschauer ist nicht gleich Geld. Also, deine Rechnung geht nicht gleich auf, tatsächlich. Wenn du 100.000 Zuschauer hast, kannst du auch null Geld haben. Wenn du 1.000 Zuschauer hast, aber 10.000 Subs, machst du mehr Geld, als der, der 100.000 Zuschauer hat. Geld ist ungleich Zuschauer, tatsächlich. Oh mein Gott, okay. Ey, Leute. Wir halten jetzt unser Maul, bitte. Wir halten jetzt einfach unser Maul, okay? Hier können wir einfach mal unser Maul halten jetzt. Oh mein Gott. Vidal, Reason A und Noah Rayleigh auf dem Highground. In der Moving Zone. Und das ist die vorletzte Runde, tatsächlich. Es ist die vorletzte... Reason A ist dead. Noch nicht. Was? Noah mit dem Kill? Vorletzte Runde und sie sind auf dem Highground. Alter. Digga, die machen das viel zu stark. Die machen das viel zu stark wie Tony Chad. Und sie holen sich hier die Kills. Reason A ist die ganze Zeit One-Shot. Dauer One-Shot ist da gerade, um ehrlich zu... Oh mein Gott, Noah Rayleigh. Noah Rayleigh wird übelst gebankt. Nein, legen das direkt an ihn. Boah, er hält hier aber auch gut Highground, ne? Nevermind, Highground ist weg. Fanta direkt neben Bediel. In der Box. 40 HP. Er muss sich jetzt hier den Biggie gönnen, tatsächlich. Reason A keine Mads mehr. Noah Rayleigh ist down. Und damit... Damit ist es jetzt das 2V21. 2 gegen 21. Keine Mads mehr für Reason A. Hat er den Highground? Er hat den Highground nicht. Er hat tatsächlich den Highground nicht. Und er versucht reinzugehen, Chad. What? 110er. What? Er ist in der Box. Das ist tatsächlich cringe bis hin. Ja, schade. Das ist sehr, sehr schade. Das ist sehr, sehr schade. Reason A. Letzter Überlebender. Mist, ein Schuss. Was? Der Kill wurde gestealt. Starker Hit. Dead. Schade. Entretter jetzt hier mit dem letzten 3v3. Gegner ist direkt über den. Oh mein Gott. Der Kula Manu. Kula Manu geht down. 3v2 Situation. 3v1. Letzter Gegner ist in der Zone. Dietrichs. Er macht das gut. 13 Kill, Win and Retter. 125 Punkte. Wir gehen rein, Chad. Okay, okay, okay. 30. Oh mein Gott. Was? Was sind das für Laser? Okay, Leute. Wir sind im Late Game. Es ist die letzte Lobby von Moongral. Moongral, 31 Leute live. Sie haben 11 Kills. 111 Punkte haben sie auch mit am Start. Sie sind auf dem High Ground. Sie müssen jetzt die Leute lasern. Direkt unter Tyson ist ein Gegner. Hier im Brick aufgebaut. Er versucht die Wand zu... Er versucht die Wand zu replace. What? Oh mein Gott, er ist dead. Ich glaube, er ist dead. Und 5-0 Mats. Ja, das war's. Schade. 5-0 Mats? Ah, CBA. Mitro hat auch keine Mets. Taysen hat keine Mets. Keiner hat Mets anscheinend oder sowas. Digga, ich dachte gerade, sie gewinnen das Ding vielleicht. Oh, jetzt haben sie Mets. You need like three more or something. You need like three more or something. Was? Rechnet doch aus, Moongral. Moongral rechnet sich einfach nicht aus, Chad. You need like two more or three more. What? You're gonna win. You're gonna, you're gonna get it. Let's go, let's go. Oh mein Gott. Haben sie maximale Punkte rausgeholt? Nein, 19 Kills. Okay, einen Punkt haben sie zu wenig. Nate, Forza und K6 auf der 1. Silberjacke auf der 2. Flovis auf der 3. Und schon wieder das beste deutschsprachige Trio. Noah, Reason A und The Deal. Kurzes Statement von euch? Ja. Er hat so 100 gepopelt. Oh, 17. Top 17. Gepopelt. Full. Wären so doll Zweiter eigentlich. Ihr wärt so doll sogar vielleicht Erster, wenn ihr das gewonnen hättet. Zweiter Save. Aber Erster vielleicht auch. Nein. Er hat 172. Das ist eine Million. Das ist tatsächlich nur der Win gewesen. Mit 20 Kills. Nein, nein. 20. 20. Na, stimmt. Ja, schade. Wir hatten schon 6. Wir haben einen guten Punkt schon gemacht. Dann haben wir Mr. Savage, Letgy und Benji auf der 5. Auch sehr, sehr nice Performance von denen. Letzte Runde nochmal Klatsch gegangen von Benji. Blast mit dem 7. Den Rejazir mit seinen russischen Leuten auf der 8. Auch nochmal Earnings mitgenommen. Sehr, sehr geil. Blärt. So, wir nehmen wir noch hier mit. Ananas Flick, Thomas HD. Die waren auch die ganze Zeit Erster, Zweiter Platz. Und jetzt auf dem 11. I Drop auch nochmal auf der 19. Mati, Noah und Rusty auf der 23. Blärt. Und Aware mit seinen ersten Earnings. Warte mal. 25. Sind 200 Dollar. Each. Das sind die ersten Earnings, Chat. Tatsächlich. Das sind tatsächlich die ersten Earnings. Vor einer Woche null Earnings gehabt. Dann mit mir gechillt. Jetzt in einer neuen Friend Group. Und jetzt in seiner ersten Earnings. Blärt. Blärt. Moin. Nice. Gratz, Digga. Viel Spaß beim Steuerinterview. Ja, Steuerinterview auffüllen. Juhu. Oh, nein. Let's go. Okay, wen haben wir noch? Top 30 kriegt Preisgeld. Link, Toos und Seventor. Logischerweise. Und das war's. Wer hat's nicht reingeschafft? Oh mein Gott. Zwei Punkte. Tayson, Mungral und Mitrochat. Hm. Die haben ein Trio-Effensis gemacht. Die jügt jetzt bestimmt 200 Dollar mehr. Alter. Reicht ist das? Adet? Wie? Ich hab's nicht gesehen. Lol. Adet, Atox und Bomba. Ist ein Bomba. Falls dir das Ganze gefallen hat, dann lass doch gerne ein kostenloses Abo. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und... Tschüss. 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 Tag.